Herzlich willkommen zu Amnesty Aktuell, der monatlichen Radioshow der Freiburger Amnesty Hochschulgruppe. Mein Name ist Juliane und ich sitze hier im Studio mit Charlotte und Lukas. Wir sind alle Teil der Hochschulgruppe, arbeiten jedoch in verschiedenen Untergruppen. Charlotte ist in der Frauenrechtsgruppe, Lukas ist einer unserer Gruppensprecher und außerdem in der Kampagnengruppe und ich bin in der Menschenrechtsbildungsgruppe. In unserer heutigen Sendung wollen wir einige der Untergruppen, in denen sich Leute bei Amnesty hier in Freiburg engagieren, genauer vorstellen. Wir hoffen, dass ihr so einen guten Einblick in unsere Arbeit und die Themen, die uns beschäftigen, erhaltet. Außerdem erwarten euch aktuelle Amnesty Nachrichten aus aller Welt, Deutschland und auch hier aus Freiburg-Südbaden. Gegen Ende der Sendung wollen wir nämlich außerdem unsere kommenden Veranstaltungen ankündigen, zu denen ihr herzlich eingeladen seid.